So, da bin ich wieder. Jetzt immer noch bei Captain Smiley. Folge 3 machen wir jetzt. Und ich muss immer noch gegen diese Superfrauen kämpfen. Man kann sie nicht alle abschießen. 2,5 M-RT. 2,5 M-RT. So, was hier los ist? 3,5 M-RT. 1,5 M-RT. 2,5 M-RT. Jetzt muss ich mich wohl gegen die beiden boxen, weil er passiert jetzt. Ich bin so schön. 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 Wie schön ist das? Wir schauen uns mal. Alles ist hart. Dann wissen wir. Und wir schauen uns mal wieder. Das geht an. Ich habe es nicht gut. Ich habe den Film gemacht, um zu verabschiedern. Das ist nicht gut für meine Bildung. Also... Jeder, zurück zu den originalen Plätzen. Wir werden das wiederholen. Was?! Du hast mich gehört. Nein, nein. Entschuldigung? Uh, nach der Situation, ich denke nicht, dass du eine Wahl hast. Oh, vielleicht nicht. Aber ich kann sicherlich verabschieden alle Szenen für dich, du wunderschön Prima-Donna. Oh, ja? Und wie solltest du das tun? Wie das? Stopp! 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 Das wiederholen. Schöne? Bitte, das wiederholen. Ich bin Angst. Ah! Ah! Ich bin sorry! Stopp! 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 Oh, Gott! Gott! Letz es gehen! Du... stuart! Ich mag dich! 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 Nein! Ah! 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 Das ist sogar super! Hä? Geil. Verrückt. Hallo? Da war irgendwie ein Elektron. Captain Smiley. More like Captain... Keith Comics, this is Keith. Captain Smiley Comics. Yeah, we got em. I'll tell you what, you come down here right now, you can have the whole box for free. I'll tell you what. Das zerreicht einfach das Comic. Das zerreicht einfach. Nein! Von einem comic. Von einem comic. Ach geht es. Von einem comic. You know, fellas, I think we can do something with this. Oh, Gerda, was in the business getup? Get over here, you two. We need to talk. Captain. What is all this, Gerda? What's going on? Uh, things have changed, Captain. We're broke. For one, our readership plummeted so far that we were canceled. Two, most of the villains we had under contract have left to find work elsewhere. Baron Von Man-Ape, Oregano Guy, the Kiwi Brothers. Everyone has handed in their notice, except for the Putt Master. I can't seem to get a hold of him. You know, I was thinking it was time to clean house anyway. We could just... Three, if you want your own title again, it looks like you're going to have to guest star in other comics until you have enough money to relaunch your own. The generous developers at Twisted Pixel have been kind enough to build this base and the technology for you to be able to jump into other comics. Guest star? I'm not a guest star. I am the king, baby. Not until you make your first appearance, baby. Until then, you're just canceled. Got it? Now, Twisted Pixel has hired me to manage your mission. So listen up. Your first job is for a comic book called Nanok the Obliviator. You mean that diddly sword and sorcery rag with all the loincloths and leather jerkins? Yeah. Well, it's also got readers, Star. It seems the hero of the comic, Nanok, has gone missing. One of his slave girls, Nordia, is contracting you two to go and find him. His slave girl? Oh, so he has his version of you, right? You know, Gerda, maybe this guest starring stuff wouldn't be so bad. I'd get to see some nudity. I mean, expose myself. I mean, get exposure. You know what I mean? Yeah, I know what you meant. That's cool. You. Let's check out the other direction first. I want to see all this dump has to offer. Okay, hier machen wir jetzt nochmal einen Schnitt und ich mache gerne beim nächsten Mal weiter. Jetzt ist erstmal quasi das Kapitel quasi zu Ende, war wahrscheinlich ein Tutorial oder sowas ähnliches. So, der Sägerbox bedankt sich fürs Zuschauen und Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.